Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit euch und heute mal am See mit zwei Hunden. Ich glaube leider, dass meine Mama nicht filmt. Dafür die Hunde. Und ja, ich filme auch die Küchen ein bisschen. Aber meine Mama nicht. Ich mache sicher ein paar Teile. Und ja Leute, das geht ganz gut hier. Wir gehen jetzt mal zum Wasser. Und da war man näher. Kann sein, dass wir mit meiner Mama die Küchen. Schaut mal Leute. Und da sind die zwei Hunde. Hunde? Das ist der coole See. Und da sind die zwei Hunde. Ihr macht die von ihm. Schaut. Da sind die im ganzen Wasser. Hier. Wir kennen was für die Kamera. Und da sind Steine. Dahinten sind Bagger. Könnt ihr das sehen Leute? Dahinten ist auf jeden Fall ein gelber Bagger. Ja. Ja. Dahinten laufen die Hunde. Ja. Dahinten laufen die Hunde. Ah, da kommen sie mal hin. Das ist die Stella. Das ist die Neu. Und das schöne. Das ist die Stella. Und das ganz schöne Neu. Und da. Und da. Könnt ihr vielleicht. Das Fluss. Das Fluss. Das Fluss. Das Fluss erkennen. Ja. Das Fluss. So. Und da hinten ist auch so etwas ganz cooles. Ja. Und da wurde gerade ein Stock geworfen. Und ich wohne badend so schön im Wasser. Ich habe es jetzt nicht verstanden. Sie ist da. Sie habe ich Glitzerstelle am Boden geworfen. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ihr seht. Auf jeden Fall. Hier sind die Hunde. Und hier sind die Hunde. Leute. Hallo. Das ist vielleicht. Ich. Die Stella. Die ist so nass. Da ist der schöne Neu. Also. Ja. Geschick. Und meine Eltern das nicht gemacht. Ich habe meine Mama nicht filmen. Die sieht man auch nicht. Aber hier. Hier könnt ihr vielleicht erkennen. Dass da ein Stein im Wasser liegt. Das erkennt man nicht gut. Und hier sind auch Füffelsteine. Mal erkennst du es gut. In dieser Sonne. Kann man es nicht gut sehen. Und das ist eben die ganze Gegend. Wegen dieser blöden Sonne. Kann man es nicht sehen lassen? Und ja. Da hilft es. Und das sind die Hunde. Die spielen. Die Hunde spielen. Die Hunde spielen. Die Hunde spielen. Die Hunde spielen. Prima. Egal. Auf jeden Fall. Schaut mal wie nass. Und dann ist es los. Ja. Sehr nass. Und die Hunde sind auch nass. Wir folgen jetzt mal. Hier liegt eine Zigarette. Nimm. Eingekaufte. Und du laufst. Und das sind die Hunde. Ja. Ich höre jetzt auf jeden Fall auf. Mit diesem Video. Das ist mein erster Teil davon. Und ja. Dahin lauf die Hunde. Tschüss. Tschüss.